Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen hier bei 5 Stück Games. Ich bin Patrick und ja, das hier ist einfach nur ein kleiner Endjahresgruß quasi zum Ende des Jahres hin. Natürlich deswegen ist es Endjahresgruß. Naja, ihr wisst was ich meine, hoffe ich. Ja, was möchte ich eigentlich großartig sagen? Eigentlich gar nicht so viel, außer dass ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen möchte und mich für ein wirklich tolles Jahr 2017 bedanken möchte. Dieses Jahr ist auf diesem Kanal wirklich einiges passiert. Also wir haben zum einen die 1000 Abonnentenmarke geknackt, wir haben verschiedenste andere Projekte gemacht, also Versus Mode zum Beispiel. Und ich denke einfach, dass sich die Community hier auf dem Kanal langsam aber sicher so ein bisschen, sag ich mal, mit der neuen Situation abfindet, seit wir halt vom ursprünglichen Vierer-Format, jetzt sind nur noch wir Dreie machen, das Ganze machen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und ich denke so langsam aber, sich hat sich das so eingependelt, dass ich mir da keine Gedanken mehr machen brauche und dass alles in Ordnung läuft. Und ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, mit der Entwicklung dieses Kanals und ich hoffe, dass die Entwicklung 2018 auch noch weiterhin so gut laufen wird, wie bisher. Und ja, was gibt's eigentlich groß zu sagen? Also mein Highlight war dieses Jahr definitiv Versus Mode, weil es war ein Projekt, an dem ich mich mal so ein bisschen anders, sag ich mal, ausleben konnte, ein bisschen mehr versuchen konnte. Es hat von vorne bis hinten Spaß gemacht, von der Aufnahme zur Bearbeitung bis hin halt zum fertigen Projekt. Ich fand's auch toll, dass ich halt zum Beispiel mit einer meiner absoluten Lieblings-YouTuberinnen, Cookiepuck-Girl, zusammenarbeiten konnte. Und ja, es ist wie gesagt auch sowieso eine zweite Staffel geplant und das ist auch das, was 2018 auf euch zukommen wird. Nämlich haben wir die ersten Aufnahmen für Versus Mode Staffel 2 schon gemacht, auch wenn vielleicht einige das jetzt nicht ganz so interessiert. Wir haben's halt trotzdem gemacht, weil wir haben Bock drauf, ich hab Bock drauf und ich hoffe, ihr werdet dann auch noch Spaß dran haben. Und was auch noch kommen wird, ist auf jeden Fall, wir haben ein weiteres Brett Mario Party 2 aufgenommen, das heißt, das wird Anfang des Jahres auch auf euch zukommen. Dann noch eine Folge Smash Brothers, wo wir wirklich neue Aufgaben gemacht haben, die uns gestellt haben und nicht die eine noch einfach wiederholt haben. War ein kleines Versehen, ein kleiner Fehler meinerseits. Tut mir nochmal leid, dass ihr da dann doppelt durchmustet, aber dafür habt ihr diesen epischen Kampf zwischen mir und Steven bekommen. Und ja, im Grunde ist immer noch das Gleiche angesetzt wie vorher. Nämlich, dass ich versuchen möchte, noch weiter in andere Richtungen zu gehen, was Videos angeht. Also nicht nur den klassischen Let's Play Format, sondern wirklich so ein bisschen vielleicht in eine Review, in so eine lustige Art und Weise gehen möchte oder andere Sachen mit Videospielen machen möchte, weil einfach nur Let's Plays schöpft nicht das volle Potenzial, sagen wir es mal so. Und von dem her möchte ich da vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr mit rumexperimentieren. Und von dem her, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen, wenn ich dann irgendwann mal Zeit finde, das Ganze zu euch aufzunehmen. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich so ein Spiele, die ich 2017 gespielt habe, Video zu machen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Also falls ihr da noch Interesse habt, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, dann würde ich versuchen, das zeitnah irgendwie im Laufe der Woche noch hinzukriegen. Aber im Grunde, ja, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich sehr zufrieden bin, muss ich zugeben. Ich bin zufrieden mit mir, mit dem Kanal, ich bin zufrieden mit der Community. Ich finde alles toll hier, muss ich ehrlich sagen. Und von dem her möchte ich mich nochmal herzlich bei allen von euch bedanken. Und ja, ich würde sagen, wir setzen uns einfach ein neues Ziel. Also wenn wir es nächstes Jahr schaffen, auf die 1250 Abonnenten zu kommen, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Also mit eurer Hilfe garantiert. Also immer schön promoten und alles. Kennt ihr ja, abonnieren, kommentieren, gut bewerten, bla bla bla. Das, was einem ja immer wieder gesagt wird. Und diese komische Glocke läuten, also da unten ist so ein Glockensymbol, draufklicken und immer benachrichtigt werden. Dann seht ihr immer direkt, wann neue Videos kommen. Ihr kennt das ganze Gegröße, ja. Irgendwann musste man das ja auch mal wieder sagen. Und von dem her wünsche ich euch allen einfach ein schönes Silvesterfest. Genau, so kann man das ja sagen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich einen guten Start und ein gutes Jahr 2018. Ich hoffe, den einen oder anderen mal wieder in den Kommentaren lesen zu können. Und ja, also dann nächste Woche geht es dann los am Montag. Also nicht jetzt am Morgen, am 1. Sondern am 8. dementsprechend. Genau, geht es dann wieder weiter mit Mario Party 2, mit dem nächsten Board. Und an der Stelle sage ich dann einfach mal, das wäre es dann. Es war auch gerade ein kleiner Test. Ich habe nämlich eine neue Webcam. Das heißt, jetzt müsste das Bild ein bisschen besser aussehen als vorher. Kann ich nicht einschätzen. Werde ich dann sehen, wenn es gerendert ist und Gegröße und YouTube da ein bisschen durch ist. Aber könnt ihr mir ja sagen, ob ihr die Qualität auch besser findet als die davor. Vorher hatte ich nämlich nur eine 720p Kamera. Die ist jetzt Full HD. Deswegen, ja. Gut. Ich würde an der Stelle einfach sagen, das war es mit diesem Video. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Wie gesagt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Dankeschön für ein tolles 2017. Ich bin Patrick. Und sage an der Stelle Tschüss. Bis dann.